Herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was hat Gottlob Frege unter Bedeutung im weiteren Sinne verstanden? Diese Folge ergänzt eine andere, die sich mit dem Beitrag beschäftigt, den Frege mit seinen logischen Arbeiten zur Semantik geleistet hat, nun also zu dem, was er unter Bedeutung im weiteren Sinne verstanden hat. Warum aber im weiteren Sinne? Weil Frege Differenzierungen vorgenommen hat, die dazu geführt haben, dass er mit dem Ausdruck Bedeutung nur noch einen Teilbereich dessen gemeint hat, was man landläufig mit Bedeutung meint. Und das auch noch in ziemlich kontraintuitiver Weise, aber der Reihe nach. Ich beginne damit zu rekapitulieren, inwiefern sich der Logiker Frege überhaupt mit semantischen Fragen beschäftigt hat und komme dann zur Frage der sprachlichen Bedeutung zurück. Dieser erste Teil ist Hauptthema des anderen Frege-Podcasts. Eine kurze zeitliche Einordnung. Freges wichtigste Arbeiten erschienen, grob gesprochen, in den zwei Jahrzehnten vor und den zwei Jahrzehnten nach 1900 und damit in der Zeit der sogenannten Wende zur Sprache in den Wissenschaften und der Philosophie. Manche ForscherInnen lassen die Wende zur Sprache sogar mit Frege beginnen. Die Wende zur Sprache ist dadurch gekennzeichnet, dass man erkannt hat, dass die Lösung bestimmter wissenschaftlicher und philosophischer Probleme vielleicht daran scheitert, wie sie sprachlich formuliert sind. Oder noch schlimmer, dass diese Probleme vielleicht sogar Scheinprobleme sein könnten, die durch unpräzisen Sprachgebrauch überhaupt erst in die Welt kommen. Man kam zu der Überzeugung, dass Wirklichkeitserkenntnis sprachlich vermittelt ist und auch an der Sprache scheitern kann. Den wissenschaftlichen oder philosophischen Fragen sollte deshalb eine Sprachkritik vorgelagert werden. Die heutige Disziplin Linguistik ist ein Stück weit Sprachkritik, die sich von ihren ursprünglichen Motiven gelöst hat. Gottlob Frege hat maßgeblich dazu beigetragen, dass man die Defizite der natürlichen Sprache erkannt hat. Er hat sie aber nicht gesucht, sondern bei dem, was er eigentlich vorhatte, einfach entdeckt. Und was hatte er eigentlich vor? Frege wollte zeigen, dass die Prinzipien der Arithmetik, also des Rechnens mit Zahlen, vollständig auf die Prinzipien der Logik zurückgeführt werden können. Um das zu zeigen, musste er komplexe und vielschrittige logische Schlussfolgerungen durchführen. Dafür war er aber auf sein normales Kommunikationsmittel angewiesen, seine Muttersprache Deutsch. Bei den logischen Schlussfolgerungen, Zitat jetzt Frege, musste alles auf die Lückenlosigkeit der Schlusskette ankommen. Indem ich diese Forderung auf das Strengste zu erfüllen trachtete, fand ich ein Hindernis in der Unzulänglichkeit der Sprache, die bei aller entstehenden Schwerfälligkeit des Ausdrucks doch, je verwickelter die Beziehungen wurden, desto weniger die Genauigkeit erreichen ließ, welche mein Zweck verlangte. Zitat Ende Frege hat also kurzerhand eine Aussagenlogik und eine Prädikatenlogik entworfen. Mit der Aussagenlogik hat er eine künstliche, symbolische Sprache entworfen, mit der er Beziehungen zwischen Aussagen beschreiben konnte, die durch logische Konjunktionen, Disjunktionen, Subjunktionen und andere verknüpft sind und die Bedingungen angeben konnte, unter denen dann solche Aussagenverknüpfungen gültige logische Schlüsse sind. Aussagen sind dabei die Inhalte von natürlichsprachlichen Sätzen. Die Aussage hinter Bernd schnarcht, Bernd schnarchte, Bernd würde schnarchen und schnarcht Bernd ist die gleiche, nämlich dass Bernd schnarcht. Mit der Prädikatenlogik hat er dann noch ein Mittel geschaffen, mit dem er auch die Binnenstruktur von Satzaussagen noch logisch präzise beschreiben konnte. Er hat schnarcht, schnarchte, würde schnarchen als mathematische Funktion aufgefasst, die Argumentstellen eröffnet, die durch Individuen wie Bernd gesättigt werden können. Frege hat also mit anderen Worten den Inhalt, die Aussage eines Satzes in Form einer Funktion gefasst. Wenn wir annehmen, Bernd schnarcht wirklich, dann ergibt die Funktion x schnarcht, wenn man für x Bernd einsetzt, den Wert wahr. So, und jetzt gehen wir daran zu klären, was die Aussage, also der Inhalt eines Satzes, eigentlich ist. Der Inhalt eines Satzes, seine Aussage, ist das Ergebnis einer Abstraktion. Frege hat ihn aus einem ganzen Sprechakt analytisch herausgelöst. Bernd schnarcht, Bernd schnarchte, Bernd würde schnarchen und schnarcht Bernd haben denselben Inhalt, nämlich das Schnarchen von Bernd. Dabei wird erstens davon abgesehen, dass mit diesen Sprechakten Verschiedenes getan wird. Behauptet über die Gegenwart, behauptet über die Vergangenheit, behauptet über eine hypothetische Situation, gefragt. Das ist der Urteilsaspekt eines Sprechakts. Der Inhalt wird also vom Urteil getrennt betrachtet. Beim Abstrahieren des Inhalts wird zweitens davon abgesehen, was oder wie sich SprachbenutzerInnen ihn vorstellen. Also das oder wie Bernd schnarcht. Der Inhalt ist nichts Psychisches und damit auch nichts Subjektives, sondern etwas Objektives. Er ist aber auch nicht etwas, das man beobachten kann, sondern etwas Ideales. Ich möchte hier die Frage des Inhalts von sprachlichen Ausdrücken noch ein bisschen vertiefen. Dafür ist ein kleiner Umweg nötig. Eine Frage, die Frege beschäftigt hat und in der sich Logik und Sprache unmittelbar treffen, sind Identitätsaussagen der Art A gleich A. Was wird da eigentlich identisch gesetzt, fragt Frege. Sind es die Gegenstände oder Sachverhalte, für die A steht? Der Morgenstern ist der Morgenstern, würde dann behaupten, dass der Gegenstand Morgenstern mit sich selbst identisch ist. Eine Tautologie. Sie ist immer wahr und deswegen auch nicht informativ. Eine Aussage der Art A gleich B wäre, der Morgenstern ist der Abendstern. Jetzt muss man aber wissen, dass die Ausdrücke Morgenstern und Abendstern sich beide auf den Planeten Venus beziehen. Das kann man wissen, muss man aber nicht wissen. Wenn also Aussagen sich auf die Gegenstände und Sachverhalte bezögen, dann wären die Aussagen A gleich A, wenn man für A Morgenstern einsetzt, und A gleich B, wenn man zusätzlich für B Abendstern einsetzt, bedeutungsgleich. Denn Morgenstern bezieht sich ja auf die Venus und Abendstern bezieht sich auch auf die Venus. A gleich A wäre damit dasselbe wie A gleich B und wie B gleich B. Das ist aber inakzeptabel, denn anders als Tautologien wie A gleich A können Aussagen wie A gleich B ja informativ sein. Die andere Möglichkeit wäre, dass in A gleich A nicht Gegenstände oder Sachverhalte identisch gesetzt werden, sondern nur Zeichen von Sachverhalten. Das ist aber auch unbefriedigend. Denn wenn uns A gleich B sagt, dass A und B das Gleiche bezeichnen, dann haben wir im Falle von Morgenstern und Abendstern keine bloß sprachliche Entdeckung darüber gemacht, dass zwei Ausdrücke dasselbe bezeichnen, sondern dahinter steckt ja eine echte Entdeckung über einen Sachverhalt in der Wirklichkeit. Der Morgenstern ist der Abendstern. Frege hat daraus geschlossen, dass es nicht genügt, den Ausdruck vom Inhalt und den Inhalt vom Urteil und der subjektiven Vorstellung zu differenzieren und dass man den Inhalt selbst nochmal differenzieren muss. Frege gesteht natürlich ein, dass Morgenstern und Abendstern sich auf den gleichen Gegenstand beziehen. Er erkennt aber auch, dass, obwohl sie sich auf den gleichen Gegenstand beziehen, die beiden Ausdrücke diesen Gegenstand auf unterschiedliche Weise präsentieren. Beim Ausdruck Agathe wird von Horst geliebt, ist gegenüber Horst liebt Agathe der gleiche Sachverhalt auf verschiedene Weise gegeben, ebenso wie bei Morgenstern gegenüber Abendstern. Und es ist sehr gut möglich, dass man nur eine Gegebenheitsweise eines Gegenstands oder Sachverhalts kennt, die andere aber nicht. Der Morgenstern ist der Abendstern, ist deshalb informativ, weil es möglich ist, dass der Ausdruck Morgenstern die Gegebenheitsweise der Venus ist, mit der jemand vertraut ist, der Ausdruck Abendstern aber eine Gegebenheitsweise der Venus ist, mit der die gleiche Person zur gleichen Zeit nicht vertraut ist. Oder umgekehrt. Frege hat deshalb beim Inhalt von Wörtern und Sätzen zwischen der Gegebenheitsweise von Gegenständen oder Sachverhalten auf der einen Seite und den Gegenständen und Sachverhalten in der Wirklichkeit selbst auf der anderen Seite unterschieden. Die Gegebenheitsweise nannte er dann den Sinn des Ausdrucks, die Gegenstände und Sachverhalte selbst nannte er Bedeutung. Das hat sich nicht durchgesetzt und ich würde auch vorschlagen, dass wir die Beziehung zwischen Ausdrücken und Gegenständen und Sachverhalten stattdessen Referenz nennen. Den Bezug zur Art des Gegebenseins kann man Sinn nennen, aber durchaus auch Bedeutung. Also Art des Gegebenseins dann Sinn bzw. Bedeutung und der Bezug zu den Gegenständen und Sachverhalten in der Wirklichkeit Referenz. Frege hatte ja, als er den Inhalt vom Urteil und von der Vorstellung unterschieden hat, betont, dass der Inhalt nichts Psychisches, nichts Subjektives ist. Und hier, wo er den Inhalt in Sinn und Referenz teilt, betont er für den Sinn dasselbe. Der Sinn, die Art, wie ein Gegenstand oder Sachverhalt gegeben ist, ist nichts in der Vorstellung von SprachbenutzerInnen, sondern etwas Objektives. Er gilt gleichermaßen für alle SprachbenutzerInnen. Natürlich gibt es individuelle Vorstellungen von der Venus, die sich auch zwischen den Individuen unterscheiden, aber das ist nochmal was anderes als der Sinn von Ausdrücken. Frege unterscheidet also auf einer ersten Stufe zwischen Urteil und Inhalt und beim Inhalt auf einer zweiten Stufe zwischen Sinn und Referenz. Den Sinn eines Aussagesatzes nennt Frege auch Gedanke. Heutzutage sagt man dazu einfach Aussage oder Proposition. Man sollte sich aber auch vom Ausdruck Gedanke nicht täuschen lassen. Keins der genannten Konzepte ist ein subjektives oder ein psychisches Element. Alle bezeichnen objektive Entitäten. Erinnern Sie sich an Freges logisches Programm. Die Gesetze der Logik sind für Frege ewig und unveränderlich und können nicht auf etwas anderes reduziert werden, schon gar nicht auf psychische Gegebenheiten. Bei seiner Analyse der Sprache geht es ihm aber jetzt genau um die logischen Eigenschaften von Sinn und Referenz. Und deshalb schließt er alles Psychologische aus. Anders, als man das oft hört, war sich Frege bewusst, dass er durch seine Analyse abstrakte Einheiten geschaffen hat. Er betrachtete den Sprechakt, auch wenn er ihn so nicht genannt hat, als die basale sprachliche Einheit. Im Sprechakt verbindet sich ein Gedanke mit einem Urteil, mit anderen Worten, die Gegebenheitsweise eines Sachverhalts mit, im Falle eines Aussagesatzes, einer Behauptung. Der Gedanke selbst hat Gedankenteile. Der Gedanke entsteht, indem ein Gedankenteil, etwa die Funktion x-Schnarch, durch einen weiteren Gedankenteil, etwa das Argument Bernd, ergänzt wird, beziehungsweise vom Ganzen her gedacht, indem ein Gedanke in Gedankenteile aufgeteilt wird. Zu den Gedanken kommt dann das Urteil hinzu und damit wird die Wahrheit des geäußerten Satzes behauptet. Der Sinn eines Satzes ist also ein Gedanke. Seine Referenz ist nicht ein Gegenstand, sondern die Wahrheit oder die Falschheit. Wenn man in die Funktion x-Schnarch, Bernd als Argument einsetzt, bekommt man den Wert wahr, wenn Bernd wirklich schnarcht. Das ist anders bei Gedankenteilen. Zum Beispiel ist der Gedankenteil der Sprecher von x für sich weder wahr noch falsch. Seine Referenz ist also auch nicht die Wahrheit oder Falschheit. Der Sprecher von x ist eine Funktion, die ungesättigt ist. Der Gedankenteil muss erst ergänzt werden durch ein Argument. Setzen wir für x das Argument dieser Podcast ein, dann bekommen wir den ergänzten Gedankenteil der Sprecher dieses Podcasts. Als logische Funktion gedacht, gibt die Funktion nicht den Wert wahr oder falsch aus, sondern den Wert Simon Kasper. Das heißt, wenn wir es mit einem sprachlichen Ausdruck zu tun haben, der kein Satz ist, dann ist sein Sinn ein Gedankenteil. Der Gedankenteil lässt sich als Funktion beschreiben und der Wert, den er sie ausgibt, wenn sie gesättigt ist, ist ein Gegenstand. Und der Gegenstand ist die Referenz des Ausdrucks. Und wenn wir es mit einem sprachlichen Ausdruck zu tun haben, der ein Satz ist, dann ist sein Sinn ein vollständiger Gedanke. Auch er lässt sich in Form einer Funktion beschreiben und der Wert, den sie ausgibt, ist wahr oder falsch. Wahrheit oder Falschheit sind die Referenz des Ausdrucks, wenn er ein Satz ist. Der Satzsinn, also ein Gedanke, setzt sich aus Gedankenteilen zusammen. Man kann das als die Komposition eines Satzsinns bezeichnen. Wie geht das, wenn sich Gedanken und Gedankenteile als Funktionen beschreiben lassen? Es geht durch die schrittweise Sättigung von Leerstellen in Funktionen. Nehmen wir den Satz, der Sprecher dieses Podcasts ist heiser. Dann ist der Sinn von heiser ein Gedankenteil, der als Funktion ungesättigt ist und durch ein Argument gesättigt werden muss. Das Argument ist der Sprecher dieses Podcasts. Der Sprecher dieses Podcasts ist aber selbst ein Gedankenteil, der sich als Funktion beschreiben lässt. Sprecher von ist eine ungesättigte Funktion, die auch der Ergänzung eines Arguments bedarf und hier ist sie durch dieser Podcast gesättigt. Der Satzteil der Sprecher dieses Podcasts hat eine Referenz, das ist Simon Kasper, und einen Sinn, das ist die Art und Weise, wie der Ausdruck Simon Kasper, also den Gegenstand Simon Kasper präsentiert. Der Gesamtgedanke ist der Sprecher dieses Podcasts heiser. Die Kopula ist macht das Ganze zum wahrheitsbehauptenden Urteil. So wird der Gedanke aus Einzelteilen komponiert. Woher weiß man aber, welche Ausdrücke Funktionen sind, welche Ausdrücke Argumente sind und welche Argumente in welche Funktionen gehören? Das ist durch die Grammatik geregelt. Der Gedankenteil dieser Podcast kann nicht die Funktion x-heiser sättigen, weil die Grammatik vorschreibt, dass das der Gedankenteil leisten muss, der als Subjekt des Satzes realisiert ist, also der Sprecher dieses Podcasts. Indem Frege das erkannt und beschrieben hat, ist er der Urheber des sogenannten Fregeprinzips oder Kompositionalitätsprinzips geworden, das bis heute von überragender Bedeutung für die semantische Analyse von zusammengesetzten Ausdrücken ist. Es lautet, der Sinn eines Satzes ergibt sich aus dem Sinn seiner Teilausdrücke und ihrer grammatischen Verknüpfung. Soviel zu dem, was Frege unter Bedeutung im weiteren Sinne verstanden hat und zu seinem riesigen Einfluss auf die moderne Semantik. Ich kann in den zwei Frege-Podcasts nicht alles abdecken, was er geleistet hat, aber ich denke, es ist auch schon so einiges zur Sprache gekommen. Vertiefen geht immer. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.